Die scharlachrote Kommandantin Marjan ist listig, gezwieft und bereit alles für einen Sieg zu tun. Doch das wichtigste ist ihre unerschütliche Loyalität. Ihr werdet sie zweifellos in den Hauptkammern der Kaserne finden. Dort wird sie unter einem scharlachroten Banner kämpfen, bis sie entweder siegt oder stirbt. Sorgt dafür, dass letzteres eintritt. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Braucht ihr etwas? Gut, gut. Die Kaserne ist so gut wie erobert.